Moin Leute und Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal und ja Leute, heute versuchen wir uns mal in Flut Duel ich weiß gar nicht, ob ich das schon auf dem Kanal hatte, ich glaube nicht, deswegen dachte ich, lade ich dazu mal was hoch wir haben jetzt 260 Euro in der Balance ich schaue mal was damit geht eigentlich müssen wir ja nach den letzten Videos, ist auch schon wieder ein bisschen her aber nach den letzten Videos müssen wir mal für den 80 direkt starten, glaube ich und hoffen, dass der uns ein bisschen was auszahlt okay, das ist erstmal nicht so interessant aber zwar gut, zum Start, wir nehmen es 22,50 ist jetzt nicht so schlecht 2 Euro uh, gute Multis ach du Nuttenbengel, 25x hätten wir gebraucht, dann wäre es nett gewesen so, nichts besonderes aber, wir sind schon beim Profit, aber das hätte gerade richtig knallen können jetzt ist die Frage, beendet er das jetzt so, das wäre nämlich ziemlich schade weil wir haben eigentlich einen guten Bonus, könnten da wirklich ein bisschen was mitnehmen ja, aber er gibt nicht mal ein Symbol wir probieren mal mit den Feature Spins was zu kriegen ich weiß, die sind immer sehr gefährlich 2x ist egal, aber wir probieren ein paar Drücker man muss auch ein bisschen Risiko machen und wir könnten ja theoretisch auch in die Free Guns kommen in den Spins aber der gibt ja gar nichts oh mein Gott ey, aber ich kann nicht aufhören, Jungs ich kann nicht aufhören das ist zu schlecht, ich erhöhe den Einsatz okay 3x, was zahlt das? 9, ach, das ist zu wenig ich mach, Jungs, ich mach weiter wenn ich da mit Bruch gehe, scheiß drauf oh mein Gott jetzt, du kannst uns nicht so hoch nehmen komm, komm, 2x40 okay, was zahlt das? 30 wie kann man denn mit den Spins gewinnen? die Spins zahlen ja gar nicht oh Mann, Jungs, ich bleib da jetzt drin es tut mir leid, es ist vielleicht auch so dumm von mir gerade aber das, das das ist da muss gleich was kommen ich weiß nicht, keine Ahnung Okay, zumindest mal die 10x. Was payt das? 20 nur. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wie stark die Symbole sind. Das ist das Problem, Mama. Okay, das ist noch zu wenig. Wir wollen mindestens auf 200 wieder kommen. Davor gehe ich hier aus den Spins nicht raus. Und 200 wäre ja auch schon ein big loss. Wir haben ja mit 82 angefangen mit den dicken Spins hier. Come on. Okay, zumindest die 5x, auch wenn das nichts bezahlt, aber zumindest ein Profit Spin. Okay, 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 okay. Wir haben jetzt hier 1, 2, aber es sind ja nur... Es ist zu wenig. Wir werden rip gehen. Wir werden sterben. Ich hätte das nicht machen sollen. Das war so dämlich. Das war so dämlich von mir. Oh mein Gott. Ja, perfekt. Die 15x macht er auch wieder nicht. 2x. Also es ist wirklich Geistesgang. Es ist wirklich Geistesgang. Okay, die 15x saved ist auch nicht, aber dadurch haben wir noch einen Spin. Ich wurde so gefickt. Hilfe. Hilfe wurde ich auseinandergenommen. Schnelles Video. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was eure Erfahrung mit diesen Spins hier von FruitDuel ist. Also ich wurde komplett auseinandergenommen. 52€ weg. Ich kann es nicht ganz glauben. Aber ja, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Bis später. Bisocracy antischenventionen. Bis später. Bis später. Ciao, ciao. Ci還 ist.